Herzlichen Glückwunsch an Sonokids aus Australien für Ballyland zu kreieren. Ballyland ist eine Reihe von educational Softwareprogrammen und Apps für Kinder, die blind oder visuell verabschieden sind. Die Apps unterstützen Kinder, um assistive Technologien zu bekommen und um ihre Orientierung, Spatial-Awareness, Erinnerung und Erinnerung zu präsentieren. Herzlichen Dank für Herr und Frau Essel und auch für die Essel-Foundation und das ZERO-Projekt. Wir sind hier sehr stolz und privilegiert, dass wir jetzt eine große Gemeinde sind, von Menschen, die alle zusammenhängig sind und wollen einen positiven Einblick auf die Leben der Menschen mit disabilities machen. Vielen Dank.